Wir reden hier immer vom IT-Systemhaus, vom IT-Dienstleister. Ihr wolltet doch bestimmt schon immer mal wissen, woher der Name kommt und was das eigentlich ist. Das erfahrt ihr in der heutigen Folge. Ja, Dirk, da sind wir wieder. Hallo Roland. Es ist die 50. Folge. Wer ist es denn wahr? Boah! Wer ist es denn wahr? Und mir ist immer noch nicht langweilig. Ich habe das Gefühl, mir fällt immer wieder was Neues ein. Ja. Ja, ist ja auch so. Also die IT, die ist ja auch so. Und jetzt, wo du es nochmal alles klarer siehst. Ja, genau. Also 50 Folgen lassen einen altern. Und deshalb habe ich jetzt eine Brille. Ich weiß nicht, ob es schon mal erwähnt wurde. Man werde alle nicht jünger. Du bist auch ein bisschen stolz drauf. Nee. Aber gut, so ist das jetzt halt. Aber auch an dir geht der Zahn der Zeit ja nicht vorüber. Nein, ich werde langsam grau. Das stimmt. Aber das liegt hauptsächlich an dir. Ja, das stimmt. Ja. Es ist die 50. Folge. Und an der Stelle kann man es ja mal bekannt geben. Ein Jahr. Genau. Ein Jahr machen wir jetzt hier diesen Trip schon mit euch. und ja, wir haben uns jetzt einfach mal gedacht, wir werden, haben uns zur Feier des Tages oder warum auch immer, weil wir gerne netzwerken auch, sind wir jetzt dem Haie-Business-Netzwerk beigetreten. Den Kölner Haien, Eishockey für diejenigen, die es nicht wissen. Denn die feiern ja dieses Jahr auch ihre 50. Erstliga-Saison. Das passt ja dann ganz gut zusammen, 50. Podcast-Folge. Ja, das ist, als ob es dafür gemacht wäre. Genau. Ja. Sport ist gut. Das ist auch mal eine ganz nette Abwechslung. Durchbricht den Alltag. Da verstehe ich nichts von. Genau. Du könntest. Ich könnte ein bisschen mehr. Wir könnten alle ein bisschen mehr. Ja gut, IT-Systemhaus ist heute das Thema. Ja. Warum dieser Name? Du machst das jetzt ja hier schon 20 Jahre plus. Ja. Wie hieß das schon immer, IT-Systemhaus? Ja, früher. Also IT-Systemhaus, ich glaube, der Begriff, der hat sich so Ende der 90er so ein bisschen geprägt. Vorher waren es dann halt Computerhändler oder Elektronikhändler oder Großhändler und so richtig Firmen, die sich darauf spezialisiert hatten, andere Firmen zu unterstützen bei ihren Fragen in der IT. Das kam ja erst, ja, ich sag mal so Mitte, Ende der 90er kam das Thema ja auf, weil vorher war es ja dann entweder so, dass man ein großer Konzern war, da hat man mit so einem IBM zusammengearbeitet oder hat halt mit den Herstellern eher zu tun gehabt. Und so diese Zwischenschiene, dass dann Fachleute sich in Firmen zusammengefunden haben, die dann sich darauf spezialisieren, andere Unternehmen zu betreuen, das kam dann erst so in dieser Zeit auf. Und da hat sich dann dieser Begriff des IT-Systemhauses geprägt, wo der jetzt seinen genauen Ursprung hat. Wer sich das ausgedacht hat, weiß ich nicht, aber es ist letztendlich auch nur ein Begriff. Man verwendet den heute noch, genauso wie man heute auch noch sagt, IT-Dienstleister oder IT-Partner, Hauptsache steht IT davor, kann man sich… Ja gut, so ein paar Begrifflichkeiten sind da schon, haben schon, also ich meine, wir sind ja beide in einem Alter, wir haben ja die, auch in der Kindheit so ein bisschen, so die Entwicklung auch schon so ein bisschen beobachtet. Also bei uns fing das, mein Vater hatte recht früh einen Computer und dann gab es ja irgendwie immer so, diese Leute, die sich mit Computern auskennen, die sind dann, einer ist dann bei uns auch regelmäßig zu Hause vorbeigekommen, wahrscheinlich weil wir Kinder irgendwas kaputt gemacht haben. Und hat dann für eine warme Mahlzeit hat er dann… Genau, ja, oder man ist dann auch in ein Geschäft gegangen und hat sich den Computer irgendwie zusammengestellt. Also du hast, in jeder Klasse gab es immer so ein paar Typen, die den Computer zusammengestellt haben und die anderen haben gedacht, boah krass ey, der baut die selber. Hat damals, mein Bruder, mein Bruder ist fünf Jahre älter als ich und der hat damals in seiner Schulzeit, wollte er sich selber auch so ein PC zusammenbauen und hat sich dann überlegt, das ist ja total doof, die teuren Preise bei den Händlern zu bezahlen. Er meldet selber ein Gewerbe an, hat dann ein Gewerbe angemeldet und hat dann für sich und zwei Freunde insgesamt drei Computer aus Einzelteilen zusammengekauft und die gebaut und das war der Zweck von diesem Gewerbe. Danach hat er es wieder abgemeldet. Cool. Ja, immerhin, erste unternehmerische Erfahrung. Aber so hat sich der Markt nun mal entwickelt. Ja, hier bei der HTH hat es ja auch anders angefangen. Also Handel hatte einfach früher eine größere Bedeutung als jetzt. Handel mit Hardware, jetzt ist eigentlich das Zusammenstellen von Hardware, ja, auch unsere Leistung, aber wichtig ist ja vor allen Dingen hinterher, dass die, dass die Dinger am Laufen bleiben. Und ja, Dienstleistung spielt eigentlich in der Branche eine immer größere Rolle. Man spricht ja auch jetzt so von Managed Service Providern. Also letztlich sind es auch IT, man muss es nicht immer so aufblasen. Letztlich sind es auch IT-Dienstleistungen, die da in einem anderen Rahmen an den Kunden herangetragen werden. Ich will jetzt keinem zu nahe treten, aber es sind für mich immer noch Systemhäuser. Aber sei es drum. Wichtig ist halt einfach, dass letztlich der Part, wir halten ein bestehendes System am Laufen, das wird immer wichtiger. Genau. Ja, Beschaffung von Hardware ist bei uns immer noch ein wichtiges Thema. Also unterschließen von neuen Produkten, gerade was kann man überhaupt für unsere Kunden nutzen. Wir haben als letztes Produkt, haben wir die Schwachstellenanalyse eingeführt, die wir bei einigen Kunden laufen. Ja, genau. Da haben wir auch mal eine Folge zu gemacht. Letztlich ist das auch ein monatlicher Service, wo vom Hersteller versucht wird, in freundlicher Absicht die internen Systeme zu erreichen, um dann zu sehen, okay, das System ist von draußen abgreifbar, angreifbar, ansprechbar, was auch immer. Erkundige dich mal, ob Hersteller XY da ein Patch für anbietet. Genau. Ja, und solche Sachen, dass wir einfach den Markt im Auge behalten. Also das ist letztendlich der Vorteil, den man als IT-Dienstleister letztendlich hat, ist, man hat eine andere Sicht als der Endkunde oder als das Unternehmen, was einfach nur die IT benutzt. Wir haben einen näheren Draht zu den Herstellern, sind ein bisschen näher am Zeitgeschehen dran, verfolgen natürlich sehr, sehr bewusst, was an neuen Technologien an den Markt kommt, welche Software-Updates wichtig sind, welche Trends sich entwickeln, dass man zum Beispiel auch den Kunden sagen kann, wenn so Sachen wie Homeoffice auf einmal anstehen, wie jetzt vor zwei Jahren, dass das dann alles spontan auf einmal aus dem Boden gestammt werden muss, dass man dann direkt in die Schublade greifen kann und dem Kunden sagen kann, hier, das und das kannst du machen, damit du dann jetzt da flexibel bist und deine Arbeit machen kannst. Also so von unserer eigenen Aufstellung und der Anspruch, den unsere Kunden an uns haben, ist einfach, dass wir die komplette Breite des IT-Segments abdecken können. Jedem ist klar, in der IT kann nicht jeder alles können und wir sagen einfach, okay, wir bilden das ab, was du zum Betrieb deiner IT-Infrastruktur brauchst und daran anknüpfen des Services, die koordinieren wir auch gerne für unsere Kunden. Genau. Ja, was wir so machen, haben wir in den zurückliegenden Folgen auch schon so ein bisschen angerissen. Antivirus, Backup-Management, wir halten euer E-Mail-System am Laufen, die Archivierungslösung kommt von uns, IT-Sicherheitskonzept, Netzwerkdienstleistungen, all das und das verstehen wir halt unter der Breite. So ein bisschen Werbung gerade mal. Ja, das ist gut. Ich wollte ja nochmal wissen, ist das eigentlich mittlerweile, verdienen die mehr Geld mit dem Podcast als mit der eigentlichen Arbeit? Nein, tun wir nicht, wir verdienen hiermit gar nichts. Aber vielleicht nicht. Ich nicht, das stimmt. Dir stecken die Leute, glaube ich, auf der Straße auch schon mal was zu. Ja, ja, genau. Von wegen, geh mal zum Friseur. Ja, sehr schön. Sehr schön. Ja, gut. Ja, 50 Podcast-Folgen sind auf jeden Fall auch mal Grund, einen Moment innezuhalten. Natürlich, um danach wieder voll durchzustarten. Wir hatten es jetzt anfangs angesprochen, unsere Haie-Business-Partnerschaft, das werden wir dieses Jahr mal verstärkt nutzen im Rahmen unserer Netzwerktätigkeit. Auch ihr sollt da gerne von profitieren. Deshalb haben wir die Haie mal angesprochen. Ja, und die freuen sich natürlich auch mit uns und wir freuen uns mit denen über die 50. Saison. Alle freuen sich. Alle freuen sich. Wir sind total happy. Es gibt bei uns jetzt was zu gewinnen. Und zwar für ein Heimspiel der Kölner Haie haben wir zwei Karten unserem Ansprechpartnerin aus den Rippen geleiert. Ja, die könnt ihr gewinnen. Die geben wir gerne ab. Es sind auch vernünftige Karten. Es ist also nicht hier hinter letzter Ecke mit Sichtbehinderung, sondern nein, es werden vernünftige Karten sein. Und was ihr dafür tun müsst, um diese Karten zu bekommen, ist erstmal auf LinkedIn gehen. Verteilt uns da gerne einen Daumen. Und was sollen die dann machen? Auch gerne folgen. Folgen ist wichtig. Manche führen, manche folgen. So ist es. Und der Dirk sagt euch jetzt, was ihr tun müsst, um an diese Karten heranzukommen. Das ist eigentlich ganz einfach. Ihr kommentiert. Ihr kommentiert dieses Video, was wir in unserem Kanal dort posten. Gerne auch mit was Kreativem. Gerne auch mit einem Themenvorschlag, was wir für euch hier mal abbilden dürfen. Aber wichtig ist, kommentiert. Und wenn ihr ganz fleißig seid, teilt ihr auch noch ein bisschen. Aber berücksichtigt werdet ihr, wenn ihr kommentiert. Und dann fließt ihr in den Topf. Und mit ein bisschen Glück könnt ihr dann die zwei Karten abstauben. Genau. Ihr könntet zum Beispiel auch schreiben, warum ihr unbedingt die Karten als großer Haie-Fan verdient habt. Oder, wie gesagt, der Themenvorschlag. Oder was war euer schlimmstes IT-Problem? Wir freuen uns über Fotos des ältesten IT-Systems, was ihr noch habt. Genau. Oder schreibt doch mal euren letzten Wutanfall wegen eurer IT, was nicht funktioniert hat. Könnt ihr alles da reinschreiben. Hauptsache, es steht unter dem LinkedIn-Post, der dann jetzt in der kommenden Woche folgen wird. Genau. Den schreibt ihr darunter. Und alle, die bis zum Ende September das Ding kommentiert haben, werden berücksichtigt. Und ja, dann losen wir die Karten aus und lassen die dann euch zukommen. So machen wir das. Genau. Dann unterstützt uns weiterhin, folgt uns, unterstützt die Haie. Wir hören uns. Bis bald. Tschüss.